Stellen Sie sich mal vor, der Bundesminister für Gesundheit plant demnächst nackt über die Viertigstraße zu laufen. Lass uns das doch mal mit fröhlichem Herzen verkünden. Das ist doch unerhört, ja. Und erklärt dem Deutschen Bundestag, Freibier für alle, der letzte zahlt. Ende des Zitates. Lieber, lieber Roland Kotz, Roland, 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 Kotz, Lieber, lieber Roland, Kotz, Roland, 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 Kotz, Wie oft machen wir denn das? Dampfmaschine, Roland, Kotz, Dampfmaschine. Bei mir haben Sie nichts zu lachen. Ich kann einen guten Berwick machen. Dann stellt sich raus. Nin, Jönju, Avrupa, Dir. Ist erkennbar hier. Weg mit Hartz IV. Nicht mit mir. Ich bin furchtbar, ich bin furchtbar. Und damit sind wir an dem Kernpunkt. Roland, 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 Kotz, Dampfmaschine. Neben Offizieren der Bundeswehr. Hingestellt und gesagt. Ich habe Feuer gemacht. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Versprochen, gebrochen. Milch ist gesund, Milch schmeckt hervorragend und Milch tut jedem von uns gut, wenn ihr sie trinkt.